Sodele, moin moin und herzlich willkommen hier noch zu der neuen Schillingrögen entspannenden Folge Sunkenland. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir müssen essen, wir müssen trinken. Aber als allererstes bauen wir uns eine Hose. Ich habe schon hier, warum auch immer der Einsteckhemd, nee, wie steht. Ich habe schon mal die Sachen vorbereitet. Ich habe sie rausgenommen, packen wir jetzt wieder rein, machen wir zu, machen wir hier rein. Wichtig, ich habe hier gerade was umgestellt, alle Sachen aus der Kiste nehmen ist bei mir jetzt auf Y. Weil es gab wohl wieder einen kleinen, kleinen Patch. Und jetzt wollte ich hier, man sieht es hier so, kann man aufmachen mit E. Aber jedes Mal, wenn ich E gedrückt habe, da das doppelt belegt war, hat er die Kiste nicht aufgemacht, sondern direkt alles rausgenommen. Also die Kisten waren zu und ich habe einfach alles rausgenommen und hier riesige Haufen vorgemüllt, was ein bisschen doof ist. So, jetzt haben wir mal eine vernünftige Hose hier, die uns ein bisschen Rüstung bringt. Dafür danke an den Kommentar. Den Käse müssen wir alles wegbringen jetzt demnächst mal. So, trinken können wir eigentlich hier, dann ist der Käse los. Wir müssen noch unsere anderen Sachen hier reparieren. So, dann brauchen wir, zack, das hier brauchen wir. Nee, das brauchen wir nicht. Was erzähle ich denn da? Hier brauchen wir. So, rein da und voll machen. Dann geht es heute, ich würde sagen, als erstes an den Stahlofen. Dafür brauchen wir einen Eisenbarren. Haben wir den noch? Können wir gleich mal gucken. Dann könnten wir den Stahlofen bauen, um die anderen Sachen hinzukriegen. Dann schauen wir mal. Was das gibt. Der Stahlofen kann dann hinten zum normalen Ofen. Aber ich glaube, der braucht auch Strom, oder? Braucht der Strom? Dann müssen wir mal gucken, was für Schandtaten wir hier wieder anstellen. Wir haben sogar noch einen. Aber, ich will den mal da drin lassen. Holz aber natürlich keins. Ah, wenn der Strom braucht, dann ist das ein bisschen doof. Dann müssten wir ihn eigentlich hier neben stellen, so dass das alles immer schön hier in Reihe ist und die Kabel nicht kreuz und quer durch die Gegend gehen. Ich weiß, es gibt Stecker, die wir jetzt benutzen können, aber will ich nicht. Bin faul. Ich bin faul. So. Übrigens, dann wurde noch gesagt, das Schwarzpulver, daraus können wir Minen und so weiter machen und Granaten für die Gegner, die kommen. Ja. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ob wir das machen. Mal schauen. Wir werden sehen. So. Was sagt denn das Essen hier? Das Essen sagt, ich esse dich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. So. Bitte einmal hinzufügen. Wurzeln. Wir nehmen uns ein bisschen Holz hier. Was da hinten voll ist. So. Dankeschön. Den wieder rein. Jetzt brauchen wir eine Elektrik. Die haben wir hier. Jawohl. Wir brauchen Metallschrott. Nein. Wo war es denn? Beim Stoff. Wo hatten wir? Guck, jetzt geht es wieder los. Hier hatten wir einen. Dankeschön. Und drei Glas. Drei. Fünf habe ich natürlich gesagt. Fünf Glas sind es. So. Wo ist mein Freund? Der Stahlofen hier oder wie das Ding heißt. Reparaturwerkbank. Stahlofen hier unten muss er irgendwo sein. Ist der hier? Wie heißt das Ding? Stahlofen. Kann ich den hier nicht bauen? Sieht nicht so aus. Ach, ich sollte den vielleicht erstmal erforschen, bevor ich ihn bauen kann. Das wäre vielleicht wieder sehr clever, ey, Ede. So, erforsch mal. Dankeschön. Kann ich ihn hier dann jetzt bauen. Gucken, was er jetzt braucht. Bauen. Ich dachte, ich kann ihn bauen schon direkt so. Aber Pustekuchen kannst du natürlich nicht. Er braucht nämlich fünf und zwei und zehn. Okay. Können wir ihn jetzt wieder anpinnen. Siehst du? Gut, dass ich direkt mehr genommen habe zum Einschmelzen. So ist das. So ist das. Ei, 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 ei. Dann machen wir das mal. Die anderen fünf und zwei und zehn haben wir. Eins, zwei. Fünf. Und zehn. Okay. Sieben, acht, neun, zehn. Haben wir alles, außer die Eisenbarren. Aber die kommen jetzt gleich auch. Essen müssen wir auch schon wieder. Das ist Wahnsinn, wie viel Holz der verbraucht, ne. Das ist echt krass. Das ist richtig, richtig krass. Trufter, Essen. Sehr gut. Das war der zweite. Wir stellen uns mal hinten hin. So, dann kann das hier brutzeln. Dann können wir überlegen, wo wir noch hinwollen. Hier ist ja alles rot, ne. Ist alles rot. Durch der Zwei-Felsen-Strand und so. Die sind mir gerade egal. So, Piratenversteck ist voll. Freizeitpark hätte noch was. Aber das haben wir schon wieder zum Freizeitpark. Da waren wir schon dreimal. Shadow Reef-Stadt. Die wird auch nicht einfach sein. Das Reef-Side-Camp. Das hier. Das könnten wir nochmal richtig leer machen. Dann auch mit einem neuen Speer und so weiter. So, dass wir das dann auch abschließen können mit einer Fahne, dass da Ruhe ist. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Weil das schaffen wir. Beim anderen haben wir ja gesehen, dass wir da übelst auf die Mappe kriegen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt wieder machen. Aber mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, wie viele fehlen noch? Zwei. Die kriegen wir auch wieder ganz schnell hin. Und noch eine. Und fertig. Dankeschön. So, jetzt können wir einen Stahlofen bauen. Wie gesagt. Stahlofen, der kommt jetzt da hinten neben. Ich meine nämlich, der braucht Strom. Wenn er keinen Strom braucht, dann ist es halt so. Dann haben wir hier eine ganze Straße voll. Okay, da nicht. Nur hier. Eine ganze Straße voll mit Sachen. Zum Schmelzen, Produzieren und was weiß ich. So, Eisenbarren hinzufügen. Fünf. Kohle hinzufügen. Vierzig. Gut. Das haben wir jetzt hier drin. Holz und. Wir müssen auch Eisen sammeln gehen wieder. Man sieht's. Kohle könnten wir schon mal nehmen. Fünf. Fünfzig. Leider muss ich da immer einzeln drücken, wie man sieht. So. Max ist Kohle. Wein da. Eisenerz. Nein. Können wir noch schmelzen. Dankeschön. Wein da. Wein da. Max haben sie mir echt gut aus. Nur einen vernünftigen Helm bräuchten wir mal. So, die zwei Sperre haben wir. Wenn ich noch eine Fahne bauen möchte, dann brauche ich folgendes. Und zwar Besatzungsflage zwei Tasche-Düsche. Die haben wir hier. Die haben wir hier. Eins, zwei. So. Der muss noch gebraten werden. Dankeschön. Und hier hin. Was mir gerade auffällt. Wo ist unsere Musik hin? Warum ist jetzt die Musik aus? Lass mal gucken. Äh. Einstellungen. Audio. Interessant. Wo ist die Musik hin? Ist jetzt keine Musik mehr da, oder was? Hm. Fünf Schuss. 200 Schuss. Nehmen wir die mal mit. Zack, zack. Wer weiß, ob wir die brauchen. Danke. Rein da. Was haben wir denn? 20 Uhr 48. Okay, das lohnt sich nicht mehr, jetzt loszugehen. Dann gehen wir gleich los. Gehen wir gleich los. Das brauchen wir. Das essen wir gleich. Was ist hier drin? Nix mehr. Können wir auch noch umfunktionuckeln. Den kleinen Hubschrauber, den könnten wir auch schon. Den erforsche ich jetzt auch direkt. Was wir haben, haben wir. Ist ja kein Problem. Danke. Danke. Zack. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Rüber da. Das haben wir. Schlafen. Wir gehen jetzt schlafen. Okay. So. Da können wir essen. Da müssen wir nur trinken. Wie immer. Ist hinten noch. Ei, 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 ei. Ah. So. Also, den haben wir da. Das haben wir da. Zwei Dosen zum Essen sind da. Auf geht's zum Kliften aus dem Posten. Den mal endgültig leer räumen. Schau, Mama. Schau, Mama. Ist hier was drin? Nein, die ist leer. Gut. Fahren. Segel setzen. Reefside Camp hier. Warum sage ich immer Kliften aus dem Posten? Ich meine natürlich Reefside Camp. So. Bitte fügen Sie hier jetzt die Fluch der Karibik. Musik ein. Wir fahren zur Insel. Zack. Da sind wir. Und können direkt durch die Gegend ballern. Wenigstens. Ähm. Haben wir hier wieder Musik. Beziehungsweise Sound. Wo war der Typ? Ach, ich muss ja Y drücken. Jetzt ist es gar nicht mehr gewohnt. Wo kamen die denn her? Lustig. Ja, das macht schon übelst Auer, wenn die keine Rüstung haben. Ah. So. Dankeschön. Ich sag ja, umgewöhnt. Tschüss. Lief da noch einer rum? Da läuft noch einer rum. Würdest du mal stehen bleiben? Ha. Perfekt. Ich sag ja. Jeder war früher mal ein relativ guter Shooter-Spieler. Aber ist schon sehr, sehr lange her. Heute würde ich auch keinen Blumenpot mehr gewinnen. Aber damals relativ gut. Wer sich noch an das allererste Battlefield erinnert. Hier Battlefield 1942. Ja. Da haben ich und meinen Clan, wir haben es geschafft mit dem Bomber, den es da gab. Ja. Der hat ein Looping geflogen. Und wir haben es geschafft, uns auf den Tragflächen festzuhalten und den während des Fluges zu reparieren. War immer lustig. Die anderen haben natürlich geflucht, weil du diesen blöden Bomber nicht runterkriegst. Weil die ganze Zeit repariert wird. Aber es war lustig. Doch, glatt einer eine Waffe. Back damit. So. Sieben Schuss haben wir noch. Dankeschön. Noch wer irgendwo? Drei Stück müssten noch leben. Die machen wir jetzt mal mit der Pistole. Ich will darüber. Aber erst mal die Leute alle wegmachen. Dann können wir die Insel leer machen. Das ist echt komisch, dass du keine Musik hast hier. Das muss halt alles eingesammelt werden, bevor es despawnt hier. Und dann sind wir hier nämlich komplett hier fertig. Wir müssen hier nicht mehr hin. Weil wir haben ja auch 30 Tage Loot respawnen. Dann passt das. Yo. Hepp, hepp. Bitte was? So scheiße, wa? Danke. Heutzutage gewinnst du keinen Blumenpott mehr mit mir. Aber da malst du. Äh, nur Holz dabei. Mann, 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 Mann. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Dass ich eh mal Shooter gespielt hat hier. Puh, hü. So. Bupp. Unsere Insel. Endlich Ruhe. Zack, gib mir die. Können wir direkt alles klein machen hier. Oh, jetzt muss ich echt die ganze Zeit, ne? Ich guck mal, ob es wieder ein Patch gibt jetzt die Tage. Oder ob, äh, keine Ahnung was ist. Wegen der Musik. Aber so ruhig ist das echt doof. Ich lass das heute mal so. Ansonsten muss ich halt, äh, ja. Selber irgendeine Musik dahinter legen. Frage ist welche. Mal gucken. So. Dankeschön. Ja, damit. Uh, was zu trinken. Sehr gut. Liegst drin. Toll. So, das haben wir alles. Wie sieht's bei uns aus? Naja. So, wie kommen wir da hoch? So. Kuscheln. Haben wir nämlich hier alles? Das ist echt bescheuert, dass jetzt die Musik weg ist. Warum? Da komm ich nicht dran. Juhu. Na, ich glaub, das war nicht so gedacht. Aber wir machen's trotzdem. Weil wir's können. So. Okay. Was liegt denn hier alles rum? Muss ich jetzt echt zum Boot laufen? Und das alles da reinpacken und wieder umlaufen? Der ganze Weg. Krass. Naja. Guck mal. Vielleicht können wir das hier ja noch mitnehmen. Ohne dass es, äh, hier rumliegt. Was es doch ist. Benzin. Okay. Der Clifton aus dem Posten ist da hinten. Den haben wir schon gemacht. Deswegen hab ich das erzählt. So, an die Leute, die das hier auch spielen, ja. Zum Beispiel BSE. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Äh, ob bei euch auch Sturmfilm ist. Danke. Da rein da. Oder ob ihr Musik habt. Bin gerade echt überfragt, wo meine Musik hin ist. Reefside Camp war das hier. Genau. Hier gab's ja auch Eisen und so, ne. Aber das ist, glaub ich, weg. Jo. Das haben wir ja schon geholt. Wenigstens, war das Auto hier oder war das vorne? Hier war's. Dankeschön. Ich wollte grad sagen, wenigstens haben wir jetzt die Insel hier wieder leer. Wir müssen nur gerade nach ganz oben. Das ist zwei Kohlen. So. Ich glaub, das ist noch alles vom letzten Mal, ne. Weil es nicht geladen wurde. Und dann halt hier liegen bleibt. So. An der Seite, da ist noch was. Haben wir das? So. 88%. Sehr gut. Sehr gut. Blub, 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 blub. Jetzt gucken wir noch bei den anderen da hinten. Dann haben wir das auch. Im Moment ist echt bei mir hier immer sehr, sehr knapp alles. Kaum Zeit für irgendwas. Leider. Deswegen versuche ich wenigstens ein paar kürzere Folgen zu machen, sodass ihr auf jeden Fall was zu schauen habt. Und nicht einfach tagelang gar nichts kommt. So. Wie sieht's aus? Immer noch 88. Haben die nicht gezählt, oder was? Anscheinend. Anscheinend. Hm. So, da liegt noch was. Dankeschön. Da hoch sind wir nicht gekommen, oder? Kommt man da hoch? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Kommt man da hoch. Aber da ist auf jeden Fall noch was drin. Das weiß ich. So. Das könnte reichen. Gucken wir mal. Irgendwas haben wir noch vergessen. Aber was und wo? Fragen über Fragen. Da war nix. Obwohl, ist da oben was drauf? Da könnte was sein, ne? Aber wie kommt man da hin? Vielleicht hier. Das schmiegt sich so schön drumherum hier an. Kann man da hochklettern? Nein. Schade. Hier irgendwo? Nein. Ja, dann ist es so. Dann ist es so. Dann gucken wir nochmal hier hinten. Ob wir da irgendwas vergessen haben. Oder ob wir irgendwo, ähm, wie heißt das? Heißen wir so noch haben liegen lassen? Die gehen alle nicht. So. Vielleicht ist ja hier hinten noch was. Gucken wir mal. Nein. Oh, das mit der Musik regt mich voll auf. Ohne Scheiß. Das regt mich voll auf, dass das so leise ist hier und wir keine Musik haben. Warum auch immer. Ich denke mal, das ist ein Bug. Der wahrscheinlich schon bekannt ist. Schauen wir mal. So, hier ist... Hier hinter konnten wir auch noch langlaufen, ne? Vielleicht ist hier irgendwas. Was wir noch nicht gesehen haben. Zu essen. Ja. Keine Ruhe, Kartoffel essen. Yay. Und ein paar Gummihändchen. So, hier ist nix. Da ist nix. Dort ist nix. Alles leer. Alles leer. Wo auch immer die letzten drei Prozent sind. Hm. Wir wollen ja, ne? Wir wollen ja auch wirklich 100 Prozent haben. Problem ist nur, wo ist it? Bei uns vor der Füße. Hier ist definitiv nix. Da ist nix. Da haben wir geguckt. Da ist nix. Eine Sache fehlt. Ist wieder nur eine Sache, die was weiß ich wo ist. Verdammt nochmal. Ach, was soll's. Komm. Dann haben wir halt nur 97 Prozent. Boah, oder hier mal, ne? Unterwasserbasis bauen. Das wäre auch so geil. Das würde ich richtig feiern. Das würde ich richtig feiern. So, wo ist unser Boot? Da vorne. Dann gehen wir da hin. Level 2 Reefside Camp. Ha, ha. Dü, 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 dü. Man kennt's, ne? Auf geht's zum Händler. Da können wir den ganzen Schrott verkaufen hier. Wie das blöde T-Shirt oder das Ölgemälde und so weiter. Und dann geht's nach Hause. Gucken wir mal, dass wir uns den Scanner schnappen und noch ein bisschen Eisen sammeln, würde ich sagen. So. Was haben wir beim Trainer? Was können wir verkaufen? Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Gummi-Äntchen. Nein, die will ich behalten. Das war's, ne? Danke. Jetzt hier gucken. Das, 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 das. Auch direkt verkaufen. So. Und so. Alles klar. Den, 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 den. Alter, da gibt's viel. Okay. Abgemacht. Wir sind unseren Schrott los. Haben ein paar Münzen. Baumwolle haben wir auch. Gummien-Äntchen können wir da essen. Aber nicht jetzt. So. Weiter jetzt. Zack, zack. Schon wieder 16 Uhr. Dass das Ding hier mal überall hängen bleibt. Die Frage ist jetzt. An welchen Außenposten wagen wir uns als nächstes? Weil die hier sind alle zum Tauchen. Die zwei Felseninsel, die Krankenbucht und so. Drei Fässerinsel. Die sind easy peasy. Da waren wir schon. Die wollte ich jetzt erstmal so lassen. Kann man später vielleicht kurz vorbeischauen. Und einfach nur die Fahne stellen. Oder ich stelle sie zwischen den Folgen. Weil da ist ja nichts Weltbewegendes zu sehen. Und wir waren wie gesagt schon drei, vier Mal da. So langsam müssen wir uns jetzt ein bisschen weiter nach außen orientieren. Und halt die besser bewachten Inseln auch angehen. Dafür bräuchten wir aber erstmal noch ein bisschen mehr Munition. Und vielleicht bessere Waffen. Wer weiß. Mal schauen. So. Macht zu. Macht zu. Essen, trinken, schmeiß mich weg. So. Ich wollte den Womopel, ich wollte den Scanner haben. Dafür kann ich den einmal reintun. Den brauche ich gerade nicht. Kupfererz, äh Eisenerz 136, 137. Das wäre bei uns hier. Bei uns? Gucken wir mal. Wo hier Erz ist. Ach. Guck mal, was da ist. Weißt du, was da ist? Da ist unser Freund, der... Jawohl, ist sehr gut. Ich nehme es mit. Unser Freund, der Vergnügungspark ist hier. So, wo denn ist er drin, ne? Oder? Es ist so dunkel, ey. Oh, hier ist noch was. Hä, bin ich besoffen? Wo denn? Ah, da. Ede wieder, ne? Ede. Unglaublich. So, 290 Meter, da kommen wir sowieso nicht hin. Nichts vergessen. Auch noch ein bisschen Platz hier. Dann sind wir hier vielleicht irgendwann auch mal fertig. Mal gucken. Oh, wenn ich jetzt weiß, dass man hier auch so gucken kann. Er weiß, was da ist. Oh, ne Achterbahn. Ne Achterbahn. Eine Achterbahn. Lala. So. Wie viel... Ja, jetzt haben wir den jetzt wieder. Achte. Okay. Das heißt, da könnten wir einen zumindest schon mal zu Stahl schmelzen. Ich sollte vielleicht mal tauschen hier gerade. So. Weißt du, er zählt einem vom Pferd und ist dann nebenher am Ersticken. Das ist wie der Ede. Wie er leibt und lebt. So. Sehr gut. Sehr gut. Da ist nix. Ich sehe zumindest nix. Was ist das hier? Keine Ahnung. So. Hier ging es ja rein in den Kackturm. Aber hier sind wir schon wieder voll. Ich glaube nicht, dass wir hier weit kommen. Da unten liegt noch das Zeug. Zählt es eigentlich, wenn wir das nicht einsammeln und das da rumliegt? Zählt das dann, als wäre es noch hier? Inventars voll. So. Jetzt müssen wir hier raus. Weil sonst sind wir gleich wieder tot. Ich bin am gucken und am gucken und... Ja. Man kennt ihn, ne? Man kennt ihn. So. Wo ist hier das Loch? Da. So. Da ist die Homebase. Der ist echt direkt hinter uns hier, ne? Der ist direkt hinter uns. Aber okay. Haben wir wieder ein bisschen was eingesammelt da. Gut. Was sagt der Tag? 18.34. Der ist auch schon wieder rum. Das geht so schnell. Wir könnten mal gucken, ob in unserem Gitter da... ein bisschen von dem roten Algenzeug gewachsen ist. Für Erste Hilfe Pots da. Das wäre nicht schlecht. Den hat man ja hier irgendwo hingestellt, ne? So. Ah, hier. Da. Guck. Sammeln. Dankeschön. So. Rotalgen. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir. So muss das sein. Mhm. So. Hüpf. 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 Sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh. Lalalalalala. So. Wir wollten nach Dingens gucken hier. Wie weit sind wir. Voll sind wir. Ach, das ist Holzkohle. Das ist Holzkohle. Oh, Mopel kann da rein. Der Händler hier. Da ist auch wieder einiges drin. Mopel haben wir, ne? Mopel haben wir, ne? Mopel haben wir, ne? Genau. Äh, schön Stahl schmelzen. Das freut mich auf jeden Fall. Also. Also. Noch eine Insel leer geräumt. Bisschen was verkauft. Haben einen Stahlofen, wo wir jetzt Stahl schmelzen können. Dann können wir hier nochmal fix reingucken. Wegen der nächsten Sachen, ne? Mauser-Pistole, Makarov, GP20 können wir leider noch nicht. Da fehlt wieder irgendwas. Da werde ich meine Wertesten drauf. Natürlich. Lagerung von Waffenteilen müssen wir auch wieder reinpacken. Alles was wir haben. Würde halt gerne hier sowas mal bauen, ne? 4 von 5, 4 von 5. Wo fehlt denn noch was? Wollen wir mal gucken. Installieren. Da haben wir wieder nix. 2. Premium. Schon ein perfekter Bestand. Okay. Installieren. Dann hier. Was haben wir da? 2-fach, 4-fach, Schrottmetallvisier, Rotpunktvisier. Kannst du mal machen. Da haben wir 1. Installieren. Hier haben wir 2. Installieren. Hier haben wir 3. Installieren. Also auch hier fehlt nur das eine. Schade. Schaden 120. Und das alte Repetiergewehr hier macht 160. So. Das sind Gewehren, ne? Okay. Supernova. Rotflinte. SVD hat auch 4 von 5. Was ist denn hier der gute? Was ist der schlechte? Lange Waffenlauf. Einfache Fässer. So. So. Mal gucken. Da haben wir wieder nix. Hier ist hier der perfekte Zustand. Immer ein Rotpunktvisier. Weil das 4-fache haben wir nicht. Besser als nix. Kann man ja später noch abändern. so rein da. Was haben wir hier? Nimmst du den? Hast du nix? Ja. 3 Stück. Haben wir. Haben wir nix. ein bisschen was fehlt noch, aber das kriegen wir auch noch hin. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit. Danke für deine Zeit. Untertitelung. Jetzt. Jetzt. Jetzt.